Wir haben in unserem Unternehmen zwei größere Milchviehstandorte. Einmal in Hilmersdorf, da stehen 1500 Kühe und dann hier in Waldkirchen, hier erhalten wir 600 Kühe. Wir haben die Situation gehabt, dass wir den Kuhbestand etwas aufgestockt haben und in dem Zusammenhang der Ersatz der Melktechnik notwendig war. Wir haben also bisher mit einem Melkstand gearbeitet, zweimal zwölf Fischgrätenmelkstand. Der war 22 Jahre alt und musste ersetzt werden. Und dadurch, dass wir mittlerweile im Jahr 2016 sind und der technische Fortschritt natürlich sehr stark vorangeschritten ist, haben wir gesagt, wir suchen uns die Technologie, die halt das absolute Know-how im Moment beinhaltet und sind halt auf dieses automatische Karussell von De La Valle gestoßen. Die Effektivität der Anlage schlägt sich nieder in der Halbierung des Arbeitszeitbedarfes zum ursprünglichen Zustand. Also um nochmal den Vergleich der Arbeitszeit zu ziehen. Es ist also so, dass wir ursprünglich für das Melken von 380 Kühen am Tag dreimal sechs Personen a acht Stunden benötigt haben. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir mit der modernen Technik zweimal täglich 500 Kühe melken können, benötige ich dafür nur noch zwei Personen. Aus, dass wir aufgrund der Technologie, die wir hier eingebaut haben, das Leistungsniveau unserer Kühe eigentlich maximal ausschöpfen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017